... Ah! Nippel! Blöde Schlache aus... Keine Platten für den Chris-Oltrasse! Vincent... Christiane! Vincent... Jetzt werden Monster getötet. Alle macht den Chris-Ultras. Oh, das wird spannend. Oh, voll noch ein paar geile Trickshots. Nailed it. Dieses Oshii-Projekt wäre absolut nicht möglich gewesen, nur ohne meine geile Crew. Wir haben so ewig dran gesessen. Sascha aka Ming Hatsu. Das ist der absolut krasseste Animator auf diesem Planeten. Irgendwo da oder da. Erik für die Filmmusik. Alter, Erik Hartmann. Wenn du Musik brauchst, geh mal einfach auf den YouTube-Channel gucken. Für Sounddesign, den Benjamin. Ui, Benjamin, was ein geiler Typ. Ohne diese Leute wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Deswegen grandios. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bitte, bitte auschecken und so weiter. Der ganze Kram. Irgendwie muss man diesen Aufwand ja auch wieder ein bisschen wettmachen. Deswegen, liebes SpeedSweet-Team, solltet ihr das hier jetzt hören im React wahrscheinlich. Ich werde das Video claimen. Wenn das okay ist. Kannst ihr jetzt nochmal. Jetzt ist die Gelegenheit. Dankeschön. Ja, du auch. Nein. Und speaking of money. Sollen euch irgendwelche komischen Sachen auffallen? Sollten euch Namen auffallen oder sonstiges? In diese Namen und Gegenstände gehören zu Leuten, die dieses Video hier unglaublich krass supported haben auf Patreon. Nein, es ist nicht nur der Patreon, sondern auch der Twitch-Support dabei. All diese geilen Leute, die hier wirklich Moneten, Subs, Abos und Patreon-Zeug und überhaupt alles gespendet haben. Boah, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Wurde auf jeden Fall eingebaut. Wer sie alle findet, viel Spaß dabei. Oh, meine Pizza ist fertig. Solltet ihr nach diesem Video immer noch nicht genug haben, kann ich euch gerne noch die Beats Meets Playlist empfehlen. Und hier über 80% aller irgendwie, keine Ahnung, ach, hier ist doch scheißegal. Noch eine kleine Sache. Speziell in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, auch weiterhin in Kontakt zu bleiben. Und wie heutzutage jeder Mensch sein Müll ins Internet schießen muss, tun das auch ich und mein lieber Kollege Erik. Wir haben zusammen einen Podcast gemacht, Kamera leer. Wir haben angefangen, uns jede Woche mal den Stand der Dinge mitzuteilen und das tatsächlich aufgenommen. Und das gibt es jetzt zu hören auf möglichen anderen Kanälen. Soll es irgendeinen Interessenten geben, ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem atemberaubenden Finale. Größte Dank an alle, die dieses Video möglich gemacht haben, von Pete's Meets zu Twitch, zu Patreon, zu den ganzen Leuten, die hier mit dabei waren. Alles ist zu 100% aus alten Best-ofs und Let's Plays zusammengeschnitten und Leute, reagiert gerne drauf. April 2014. So ein Bild. Der extravaganten Willengegen kommt es zu einem Super-GAU. Alle macht den Chris-Ultras. Der Antrag liegt, den Kanal in Chris-Meet umzubenennen. Doch Pete's Meet kommt seinem Wunsch nicht nach. Alter, okay, du willst Krieg, du kriegst Krieg. Der Krieg scheint unausweichlich und schließlich verkündet Alois mit An diesem Tag wird Geschichte geschrieben. Untertitelung des ZDF, 2020. ... ... ... ... Du bist immer noch so schlecht. Du bist so kacke. Schlag ihn, schlag ihn. Hallo, Christian. Peter ist ein Schwein. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Kießling. Das ist hier Spandau, ja, äh, ähm. Sorry, Chef, Chef, Chef. Also ihr könnt doch nicht erwarten, mich hier als Neuen, hier. Die Münzen. Die schießen mal nieder. Chef, ich will mal was sagen. Ich hasse Sie. Oh, sole mio, la, 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 la. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Oh, sole mio, ja, 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 ja. Komm rein, schön, dass du da bist. Schön, dass du vorbeischaust, ne? Find ich gut. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Radio Trollhausen. Hau rein, Junge. Die haben gesagt, aussteigen. Die sind jetzt da und sehr jung. Können unsere Nippel lunschen. Oh, oh. Alter, f***. Okay, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geht nix mehr aktuell. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Ist das Auto denn im Arsch? Ja. Oh nein. Der hat so die Reifenkörper geschossen. Oh nein, was für Arschlöcher. Nein, jetzt muss ich aussteigen. Adi, du Kümmel, wir warten alle auf dich. Wir singen Choppala ab. Wir singen Mokaleidegen. Ich würde gerne mit dir singen, aber dein Brain ist einfach so verwirrt. Ach Peter, du sollst da reingehen und kämpfen. Ich geh jetzt rein. Grüß meine Mutti, ich liebe sie. Los, alle rein Leute, schießen. Schaut um die Hecke rumschießen. Oh, ficken. Kommt um mich zu holen. Da, du. Ja, komm rein. Was macht man denn gegen Galoo am besten, ganz ehrlich? Können wir nicht so'n Su... Sui... 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 Ist eigentlich schon wieder betrunken, oder was? Das ist einfach nur unfair! Kannst du mal aufhören zu weinen, du Muschi, ey? Seid fühlt sich wieder unfair wahrnehmen. So geile Bombe... Ich hab alles geschissen, was ich... Nein! Ich bin angerangelt! Drei Leute halten mich fest! Da liegt die Bombe! User disconnected from your channel. Factor clear? Affirmative? Feuer ist immer ne gute Sache. Roger, Z! Und Baum, Hellspring... Ne, noch nicht. Das geht doch schneller! Alter, soll ich meine Oma anrufen, dass die das macht? Z! 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 Hazel, Z! Z! Dies... Ist der Sitz der GSG Spannau... ...und wir... SONG FOR ADNUNG! Z! 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 Oh mein Gott, was tust du da? Das ist original unge... Boah, das ist einfach nur ein Schlachtfeld. Das ist echt, also... Unangenehm. Es... Wirklich? Es ist ge... What? Was ist das? Was ist das? Ist das Chris? Was machst du da? What? Alter! Ich hab dich voll getroffen! Ich hab... Ich hab dich getroffen! Jetzt komm ich! Alter! Stirb, stirb einfach! Unnormaler Backflip! Boah, guck mal wie er fliegt! Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz urinieren. Entschuldigung, gibt's noch Klopapier? Ich wisch dir kurz den Arsch ab! Oh, das ist so lieb, das ist so lieb! Bram, riech mal! Ja, danke für eure Hilfe! Ihr Penner! Alter! Du Hustensohn! Ich bin über die Leiter gelaufen! Ich bin über die Leiter gelaufen, Junge! Ich hing da dran! Deine Nase ist ja eingedrückt! Ey! Du hast mir in den Tinnen reingetreten! Willst du nicht verarschen? Wollt doch nur... Ich achte doch nur... Ah, was? Nein! Ah! Du bist beschossen! Ja, ja, das ist normal, das ist ein Hater! Oh, nein! Nein! Dann hab ich einfach den Zap gemacht! Christian im Schlachelhaus! Hallöchen! Wie kann ich Ihnen helfen? Erich gegen den Fehler! Boah, das wäre geil! Okay, ich bin dabei! Hä? Was? Alter, das gibt's doch gar nicht! Der Wichser! Lass mich doch mal in Ruhe! Na, reicht's schon! Na, reicht's schon! Na, reicht's schon! Boah, Alter! Ich fress mein Bart! Joll! Der hat dich voll mitgenommen! Hallo! Mein Name ist Roger Rodgersen! Wie man jetzt da rangeht, ist immer so ne Sache, ja? Viele Leute sagen, man soll nicht zu schlimmem Strang gehen! Ich nenne es der Stecher! Ja! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Mensch! Alter, wie schlecht schieß ich denn? Oh, la! Meine Fresse! Nein! Boah, Peter, du bist so ein Nu! Oh, schöne Peter! Sack, wieder mal! Jetzt geht los! Brechen Royale! Bum, 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 bum! Wie vielen Leuten soll ich noch einen Kopfschuss geben? Bram hat gerade einen Abgang gemacht. Sessen, ich bin rechts neben dir gestorben, du Wichser! Fick dich! Bram, du riss mich auf! Wie Bram gestorben ist, das sah so geil aus! Peter, fuck! Peter, hör auf! Peter, bitte, 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 töte mich nicht! Bitte! Boah, Peter, jetzt lass doch die Scheiße sein! Boah, Peter! Ja, Peter, ja, Peter! Ja, der Peter hat's gemacht! Nein! Oh, Mann! Peter, fucking Huren-Smitz, ey! Alter, lebst du noch? Nein. Dann darfst du doch gar nicht reden, Alter! Ich dachte, ich dachte, es ist ja aufklärung, das ist falsch. Nein, du darfst überhaupt nicht reden! Alter! Mit der Macht des Feuers! Anarchie! Ist der Mann betretet! Ist der Mann betretet! Ist der Mann betretet! Alter! Geh weg! Denn so weit es weg vom Teich geht, ist weh... Ich bin explodiert und gestorben. Gekriezt! Gekriezt! Das Peatsmeet-Zentralkomitee beschließt, dass der Krieg sich dem Ende neigt. Experten gehen davon aus, dass Peatsmeet so viel Inkompetenz wie noch nie bewiesen hat. Doch die Menschen haben wieder Hoffnung und gewinnen an Lebensfreude zurück. Das Peatsmeet-Zentralkomitee beschließt, dass der Krieg sich dem Ende der Krieg verletzt hat. Da ist jemand auf dem Krankenhaus drauf. Komm schon, gib ihm! Der setzt sich hin, was ist das denn für eine Scheiße? Komm, ich sneke ihn weg! Ja, perfekt! Du kannst nichts, du Hure! Diese ganze Speedbrut ist doch krank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 vielen dank für zuschloten bis zum nächsten seppjö haut rein